ja jetzt kommen wir zum dritten und letzten artikel des heutigen tages beziehungsweise testvideo und ja jetzt geht es um den artikel wildstorm auch eine neuheit 2018 im nidle discounter für 890 bekommt ihr 64 schuss und ein kaliber von 13 mm ist eine kleine cake die ist wirklich niedlich 35 sekunden brennt auch so das ding ist eine cocker batterie und der batterie hat er zum aufwärmen ist auch wieder in der geschmackssache aber schaut mal selber und sagt mir da mal was ihr von der wildstorm haltet ja viel spaß mit dem anschließenden testvideo so Spannende Musik Spannende Musik